Hallo und herzlich willkommen in der Kita Zauberwald. Wir sind eine inklusive Einrichtung vom Behindertenwerk Main-Kinzig. In unserer Kita haben wir zwei U3-Gruppen, in der die Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren sind, drei U3-Gruppen und eine Outdoor-Gruppe. Sie sind outdoor-begeistert und wollen Kinder individuell fördern und fordern? Dann sind Sie in unserer Outdoor-Gruppe genau richtig. Außerdem sind wir sehr waldverbunden und haben den Wald direkt als Nachbarn vor der Tür. Außerdem hat unsere Outdoor-Gruppe die Füchse ihren eigenen Fuchsbau. Unser Bauwagen ist vor ca. einem Jahr auf das Gelände unserer Kita gezogen und bietet den Füchsen einen Unterschlupf, zum Beispiel wenn eine Unwetterwarnung ist. Dafür suchen wir jetzt tatsächlich jemanden, der mit an dem Waldkonzept weiterarbeiten möchte, der seine eigenen Werte mit einbringen und aber auch eigene Ideen mit umsetzen möchte. Wir suchen Sie! Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns bewerben.